moin moin und hallo heute wollen wir mal zusammen einen neuen pc zusammenschrauben wir haben hier ein be quiet pure base midi tower pc gehäuse wir bauen eine samsung pci express karte ein als speichermedium dann haben wir nice gskill rip chores rams im angebot und amd ryzen 7 cpu und damit beginnen wir auch auf dem board das board welches wir hier verwenden ist ein msi board und zwar das mpg 550 gaming edge mit wifi und dort platzt halt unser schöner andy ryzen cpu drauf platz so öffnen anschließend alles klar bevor wir jetzt weitergehen würde ich vorschlagen machen wir erst mal die ram freunde hinein weil wenn wir gleich den kühler für die ryzen cpu drauf machen kommen wir nicht mehr an den besagten slot für die rams an diesem board dran das heißt erst mal vergesst nicht die rams einzusetzen bei den rams hier ist es wichtig dass ihr auf die ausrichtung achtet und vor allen dingen wenn ihr nur in anführungszeichen zwei slots belegt dort auch auf die richtige slot wahl zu achten die sind nämlich immer so aufgeteilt dass zwei slots die nicht direkt nebeneinander sind zusammengehören oder zusammengehören sollten damit dort auch das dual drive funktion aktiviert werden könnte es funktioniert natürlich auch wenn ihr sehr einfach in reihe setzt das funktioniert auch nur ihr verschenkt ein wenig an performance wir benutzen hier die wirklich nice und recht schnellen 32 gigabyte gskill rip chores 5 mit ddr4 3200er dims sind das cl16 dual ist es ein kit mit zwei mal der 32 gigabyte variante das heißt also wir haben hier genug ram 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 den amsis memory verbaut reindrücken bis sie eingedrückt sind und fertig als nächstes wollen wir uns an diesem board mit einer ssd lösung nur zufrieden geben stellen und da benutzen wir das board hat mehrere ssd kann man zum anschließen wir benutzen hier jetzt als haupt speicher medium eine ssd karte die dann auch hier sehr gut platz findet auf dem board selber ihr seht es gibt eine extra schnittstelle unter einem kühlkörper gelegen der zwischen cpu und der steckkarten angesiedelt ist dort findet dieses plätzchen eine gute sache es ist eine samsung 970 evo plus 1 terabyte und sie wird mit pci express 3.0 angesetzt das heißt also wir haben hier einen steckplatz der nvme m2 konform ist daher ist es jetzt direkt zu verschrauben mit dem board selber und dort achtet ihr darauf dass ihr auch dann den heat pipe neben dem pci express slot mit einsetzt weil der führt sozusagen das das kühlmanagement im tower selber besser voran das heißt die erste wahl sollte dieser slot hier sein danach könnt ihr auch noch andere benutzen so die cpu hatten wir vorhin schon in positionierung gesetzt jetzt heißt es jede cpu die wir verbauen vor allen dingen im high performance bereich vor allen dingen dort brauchen sie einen vernünftigen kühlkörper der kühlkörper den wir einsetzen ist ein riesengroßer monströser fetter klopper sage ich euch es ist ein riesen ding um dort auch hier die luft gekühltes oder das luft gekühltes system dann auch vorantreiben zu können dass dort keinen keine runter taktung passiert bevor wir den aufsetzen also das gestänge haben wir jetzt schon angesetzt ich habe ein detaillierteres video darüber gemacht wie ihr diesen kühler dann anbringt wichtig ist immer dass ihr zwischen cpu und kühlkörper eine wärmeleitpaste habt die dann auf auf silberbasis ist und dann können wir hier nämlich in einem direkt den kühlkörper draufsetzen und ihr seht auch in diesem fall ist es so der ist so groß er gerade über die ram blöcke rüber der nachteil hiervon ist wirklich wir müssen jedes mal wenn wir die rams wechseln müssen wir den kühler zerlegen das ist der be quiet dark rock 4 cpu luftkühler mit einer hohen luftkühlung von 200 watt ddp silent wings zwei stück sind da dran das heißt wir haben zwei ventilatoren die dort dann die kühlung mit vorantreiben sollen ihr seht es ist relativ einfach auch anzubringen der hersteller hat da wirklich mit gedacht der ist auch kompatibel zu anderen cpu systemen wir haben zwei ventilatoren die dort den die abwärme abtragen die die von der cpu kommen während sie arbeitet wird es nämlich warm dort und das muss weg und deshalb ist es wichtig diese beiden kühler auch einzusetzen denn die arbeiten dafür dass dort eine stetige zirkulation der luft im gehäuse im geschlossenen gehäuse auch stattfinden kann um eine überhitzung des systems zu vermeiden dort bei diesem besagten kühler müsst ihr genau darauf achten dass sie die richtigen klammern benutzt die richtigen halterungen benutzt die dann auch für euer board beziehungsweise für euren cpu typ dann auch da sind am schluss anstecken das heißt energieversorgung mit dem board über ein y kabel es gibt an der kühlerseite oder an der cpu seite gibt es einen steckplatz dafür einfach reinstecken die pinze übereinander setzen und dann testet mal ist das klöpperchen drauf ja es ist also ein riesen ding baut am besten die sachen bevor ihr die das komplette mainboard ins system einsetzt erst mal draußen zusammen es ist viel einfacher so und danach kann man dann loslegen den speaker solltet ihr auch nicht vergessen das ist immer eine formelei dann den rein zu würsteln wenn das board schon im system drin ist dazu geht ja auf den jfp2 steckplatz dann vergesst auch nicht die die weiteren steckkontakte zu setzen wie zum beispiel hier die cpu alles ist auf dem board oder auf jedem board es ist normal auf jedem board ist es angezeigt wo und was dort die energieversorgung ist wir haben hier die haupt cpu energieversorgungs leitung schon angebracht weil im midi tower doch nicht ganz so viel platz ist obwohl genug platz für das kabelmanagement sowieso dort angesetzt sind jetzt gibt es bei diesem cpu ram lüfter und motherboard kombinations zeug gibt es verschiedene bohrungen im bord selber die dann auf dem midi tower selber abgestimmt sind das sind standards die dort auch eingehalten werden müssen und so können wir es jetzt relativ einfach verschrauben mit dem computer gehäuse selber dort schaut ihr dass ihr in einem x also in einem wechsel immer reinschraubt nicht die eine seite komplett festhauen sondern erstmal alle ein bisschen festziehen um dann später noch mal nachziehen zu können und das am besten im kreuzverbund nicht alle auf einer seite festballern als nächstes gibt es hier die möglichkeit an diesem besagten tower auch sehr komfortable standardisierte ssds anzuschließen diese kommen dann mit dem mit dem guten alten sata kabel in einklang welches natürlich auch über eine stromversorgung und eine verkabelung danach sprich zum board und zur stromversorgung dann versorgt werden muss das heißt ihr könnt auch eure standard ssds mitnehmen ihr könnt sogar auch noch normale festplatten einbauen das ist alles immer noch möglich das ist jetzt nicht alles auf einmal vom tisch weg bei diesem tower ist es wirklich schön denn es ist doppelwandig das heißt wir können alle kabel hinten nicht sichtbar verlegen und der nächste schritt wäre dann wenn es gerade an liegt ihr seht also die ventilatoren welche im gehäuse selber sind können wir sehr gut an den sys fan steckplatz des bordes selber anklemmen dazu einfach auch wieder dort die pins mit den steckern übereinstimmend rein drücken und dann habt ihr schon die besagte versorgung der fans spricht der lüftung selber dann gehen wir zur haupt versorgung das ist das dickste kabel von eurem netzteil welches dann einen platz bekommt auf dem board selber damit auch dort die stromversorgung da ist dann jetzt ist also das board fest wir können nun die grafikkarte einsetzen die grafikkarte selber kommt nun schön gechillt auf ihren stammplatz achtet immer darauf dass ihr dort nicht platzprobleme habt aber hier seht ihr passt es wirklich wundervoll wir nehmen natürlich mit der besagten grafikkarte zwei plätze im bereich der des mainboards ein und auch die platte selber die grafikkarte muss hinten fixiert werden dafür hat dass der board nicht der board hersteller sondern der tower hersteller ein verschraubungs system implementiert danach brauchen wir natürlich energie und dafür gibt es auch wieder ein kabel am netzteil welches unsere besagte grafikkarte dort individuell auch mit strumpfe bollern kann dafür benutzen wir jetzt zwei kabel zwei getrennte kabel eins ist voll zugänglich mit sechs leitungen und das andere noch mal sechs wir können sogar auf eine 8 pin aufgabe losgehen und da kommen wir auch schon zum besagten netzteil das netzteil selber hier ist sehr einfach zu installieren wie sie sehen und es ist sehr einfach zu nutzen das ist ein b quite straight power 11 ist ein pc netzteil atx 750 watt plus und das kabelmanagement hier ist super weil es ist steckbar das heißt wir können erst das netzteil reinschieben und können später dann alle leitungen dort anstöpsel die mit energie versorgt werden sollen sehr komfortabel ist das nur nicht direkt festschrauben sondern erst mal vor allem wenn ihr fette finger habt so wie ich erst mal dann die einzelnen stecker für unsere versorgung sprich energieversorgung mainboard energieversorgung der einzelnen platten energieversorgung der grafikkarten energieversorgung energieversorgung für alle für die für die alle möglichen sachen könnt ihr hier jetzt einsetzen es gibt dort diverse steck standardisierte steckplätze und standardisierte stecker die dort ihren host finden können im prinzip könnt ihr da nichts falsch machen denn die stecker typen selber sind hier das mb ist zum beispiel das haupt motherboard kabel dann haben wir pci express stecken steckverbindungen und die sind alle so genommen dass die dann auch so geformt sind dass sie nur dort hinein passen wo sie auch dann mit der energieversorgung her das tun können sehr 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 einfach aber war früher auch schon relativ simpel nur früher kam aus dem netzteilen das gibt es heute auch noch riesen haufen an kabel wirr war ihr braucht aber gar nicht so viele kabel wenn ihr nicht alle verwendet deshalb kann man hier dann explizit die kabel nutzen die wir auch zur verbauung der komponenten im computer selber angewandt haben was wir nicht vergessen dürfen ist dass das netz dann natürlich richtig steady mit dem tower verbunden wird dafür gibt es auch vom hersteller wieder des towers hier ganz einfach ein schraubsystem welches dann unser netzteil in position halten kann damit ein pc auch läuft brauchen wir natürlich auch noch peripherie geräte das heißt erstmal energie versorgen klar dann brauchen wir noch eine maus eine tastatur und einen monitor die verknüpfelung selber meistens bei maus und tastatur werden heute usb gesetzt der besagte monitor sollte über den dvi port stattfinden oder hdmi geht auch alles wird hinten auch angewandt und dann haben wir alles angeschlossen und können uns die sichtseite des systems mal anschauen es sieht sehr aufgeräumt aus wir haben sehr wenig kabel weil das kabel management wirklich sehr sinnvoll und klug gelöst worden ist und so heißt es nun pc anschalten hoffen dass alles läuft hoffen dass alles eingerastet ist bei der wenn es mal nicht starten sollte könnt ihr euch angucken ob eventuell die grafikkarte nicht richtig eingerastet ist denn da sind solche nasen die dann zurücksetzen und dann guckt ihr euch im bios selber an was gerade da abgeht ob die cpu erkannt wird ob auch die 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 ganzen ganzen die ganzen rams erkannt worden random access memory ob die grafikkarte erkannt wird das seht ihr alles im haupt menü des sehr modernen msi klack bei klick bios und dort könnt ihr auch eventuell dann später wenn euer system schön rund läuft dieses auch dann ein bisschen upgrade damit schwindigkeit verauflagen dann seht ihr dass wir eine schöne beleuchtung im innenraum haben das flackern selber weil das fabriziert hier mein video material in wirklichkeit ist es ein gleichmäßiges tönchen von rgb sound sehr schön ich hoffe ich konnte euch helfen vielen dank fürs zuschauen bitte abonniert mich gibt mir ein positives feedback und bis zum nächsten mal